Ich gebe auch Kindertraining und ich glaube gerade für die Kids ist es extrem schwierig, keinen Ausgleich zu haben, immer nur vor dem Bildschirm das Live-Training mitzumachen, das Online-Training. Das vermisse ich als Trainerin auch, die kleinen Kids. Wie gesagt, Stress bei der Arbeit, Stress in der Schule, den muss man auch irgendwie mal ablassen. Also klar, ich glaube ich bin schon eher ein Vereins-Typ, weil ich einfach Menschen total gerne mag und wenn ich jetzt einfach alleine joggen nehme ich, auch ausgepowert, aber ja, habe da den Austausch nicht. Deswegen finde ich einfach ein Verein super.